zu riesigen Nebenwirkungen lesen sie die Packungsbeilage und fragen sie den Arzt und Apotheker kann ja auch hier ein na wen habe ich jetzt hier wird leicht zitiert nach das war es denn auch mit kennen du gehst denn da jetzt das weg ich war noch nicht mehr auf den gas a few moments later ja ja orange danke Ah, kein Aim! Keine Mutti! Hilfe! Support! Team! Ah, jetzt hat's ein Assiss bekommen. Danke! Ich war tot! Wie schade hab ich den da gemacht? Toll, er sagt nicht wie sehr du aufholst oder... Boah, mein Schiff ist gecrashed. Achso, ne. Echt jetzt? Oh, Mann ey. Oh, ne, ich fahr wieder, ich bin drüber da. Hast du Ostern, Ullo? Ne. Ach, du bist jetzt auch ausgelernt, ne? Ja. Du kannst das jetzt auch relativ egal, denn die Schuhe und so. Ja. Und willst du noch den Meister machen? Ne. Ich mag unsere Konversation, Engel. Ja. Das ist ein richtiger Spaß. Oh, was ist das hier denn für einer? Och, Junge! Ein scheiß überrundeter! Schleich dir mit 20 um die schnelle Kurve! Was ist denn das für eine Aktion? Ey Jonas, willst du wirklich, dass Emil Zweiter wird? Ja. Arschloch. Außer du füllst ihn jetzt. Ja, würde ich machen. Ja, okay. Ich würde ja auch nicht mehr rauskommen. Ja, genau auch nicht. Deswegen fahr ich da auch nicht runter. Gib mir ein paar Sekunden. wash so. Ja. Gott sei Dank. Und wie ist das hier? Die verdache. Ich weiß das nicht mehr hin ... Herzlich Willkommen zu Gta Sumo mit Kelle und He- Was? Hört denn den Kumpel! Ei! OOOOH MAAAN Ich krieg vor zwei Gegner-Droppt vor den E-P Rescue-Ban Ben's nimm mir geklaut Der klar um die Eckkorn hab ich gehauen nein da steht ein auto kelle das habe ich ja gar nicht gesehen das war ja ritarisch so kelle jetzt machen wir eine richtig professionell an mod hier so da sind wir das geht jetzt gleich professionell jetzt geht los hier was ist ich habe ein zelt aufgebaut hat kelle erschrocken auch ein spaßdienst halt die kappe oder ist mit kugel im kopf für die die es nicht mitbekommen haben es war am ende platz 2 das problem liegt jetzt auch am flügel eigentlich alle hier gegeben auch man ich hasse sie alle ich verteile dann jede strafanzeige ist mir scheißegal das gibt eine anzeige nicht hier runter also ich habe nur 33 bis jetzt kommt ich hole mit handbremse runter du musst mich hier wieder retten ich habe eine flex gefunden also ein grinder der ist wichtig den brauchen wir es bei dir auch alles ich habe ein toilettenpapier gefunden gefunden ich habe den schraubenzieher nicht mitgenommen brauchen schraubenzieher grinder taufel handsäge so ein quatsch ich bin bei ollie kompletten alter ich habe ich komme hier um die ecke gelaufen steht da in uaz und dann denke ich mir oh geil guckst du mal ob der auf mir steht da ein ghillie suit daneben da bin ich schon kurz ich sehe leider nichts ich habe mich nicht auf seinen kreis oder nicht ich war so dicht dran den sieht man da nicht mehr alter da habe ich schon wieder auf so die nizie sporn gedrückt da war ich schon ich war bereits neu sporn ich muss erst mal was zu trinken man alter was hat etwas hatte ich für kate hat was gesehen hat er denn was gesagt vorher hin ist weiß ich habe ich nicht zugehört ich auch nicht das halt immer so wenn nils redet aber ich hab da habe ich was machst du du gibst überhaupt kein gast du rollst da so um die kurve ja hast du ich finde dich und tötet ich alter kaffee der hatte alter der typ der frist echter meister da geht nicht auf jetzt zwei der drei kills der zweimal mich gekillt alter jetzt sitzen die gegner das haus ist gekillert aua wie hä hä ich hab die doch oben ins fenster reingedet und kann ich ja auch nicht sterben morgen Junge war ich jetzt schon wieder kegel camped am ende oder was ich mach dich kaputt äh wie wärs wenn noch einer A kommt ja 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 jetzt ja ja hier semen ich hab mir in der in der ич ich chan je mal nur continuer ... das habe ich noch nicht ausprobiert habe ich die mit schnell habe ich noch nicht also habe ich aber ich glaube aber ich glaube die wirklich gut sein weil die halt zu der rückschloss probiert ja probier die mal aus ich weiß nicht gegen den rückschloss aber was probierst du jetzt aber ich muss sagen ich weiß nicht einfach mal kurz die startzeit ich glaube ich schrie ja auch jetzt die verzieht auch gleich zu krass aber probier es mal aus was denn jetzt wusste jetzt meine aback gefunden eine kiste ist nicht da also ja dafür habe ich jetzt aber nicht repariert dass ich in der nächsten stelle jetzt ohne flachsäger woran bin ich denn jetzt hier geflippt diese runde schon alter was stehen wir denn hier kaputt gefahren so komplett gestanden hier ja deswegen hält man ja sicher ja alter der fast der ganze muss hier rein ich darf noch jetzt vor mir bleiben weil ich ausweichen musste sehr interessant das ist ja cool steckt im verkehr fest durchdrehende räder wenn ich diese anzeigen schon immer sehen nicht immer direkt vietnam flashbacks warum höre ich jetzt die ganze zeit vor das getriebe mach sofort abfahren und es geht gegen den baum oh man ey es ist immer dieselbe scheiße ich glaube das ist auf dem ich glaube mittlerweile echt das ist absicht das kannst du ja nämlich nicht erzählen dass sie teilweise 600 meter gucken die da hinten an es ist guck mal wo der wo der hecksler steht da muss man doch nicht 800 meter wendekreis nehmen oder es ist so nervig seit fucking zehn jahren dieselben probleme oh man jetzt komme ich hier nicht rum wenn man das geld hat ne da kann man sich aber ah keller steht wieder außerhalb ah verdient du magst du es nicht mit spielen keller was ist man sieht man auf die karte ich lache so wie ich gerade nicht sehe ach toll ja wie gut Oh, keine Lust, schade wieder unten. Ja, wenn du keine Lust mehr hast, dann sag Bescheid. Ja, lass mal. Immer, wenn ich gewinne, anscheinend. Du hast Part 4 beantragt. Also. Hälle. Ich fahr heute in der Uni. War hier oben. Keller ist wieder unten. Keller ist wieder unten. Ne, Keller, ich glaub, das hat nichts mit Wind zu tun. Aber da hast du zu tun, dass es hier ungerecht ist. Die denken sich, dass ich aufhabe, weil es vermohrt. Das ist der Nutfilter. Skillfilter. Da sie aufhabe, weil es vermohrt. Dann können wir wieder runter starten lassen. Ich spiel ohne Rang. Ich spiel. Ich spiel. Freu mich. Alter, wixi. Ja, da muss man gratulieren. Das war eine gute Stärke. Das sieht's falsch. Was ist denn jetzt wieder so schäbisch? Hat der Wix so nicht gekillt? Mhm. Nein, der heißt WKKS. Er läuft mit dem Messer rum. Cool. Ich hab' gerade drei Leute abgeschmackt. Oh. Das war aber eine gute Taktik. Das ist jetzt falsch. Ähm. Oh, nicht schlecht. Gut. Mal zugeben, da war mein Ende zu interessiert. Anna, ich hab' Anna, ich hab' noch ein 80er-Stift. Das ist ohnehin eine Minute her, dass ich den angehörtet habe. Oh, ich hab' jetzt mal ein bisschen... Ich hab' noch einen Tränen. Oh, ich hab' noch mal ein bisschen... Jetzt komm' noch's dann! Äh... ... mit ein Versteck raus? Oh, Leute. Oh, der Kiox kann auch gut schneiden. Oh, man. Kann auch gut schneiden. Oh, das ist aber alles nicht so witzig, wie das... Wie lange streamst du? Wir streamen ja schon seit 2 Stunden 15 Minuten. Und wie lange noch, weiß ich nicht. Oh, so. Bis ich gleich komplett explodiere. Ich hab' noch mal ein Tisch durchgebrochen ist. Du bist halt die ganze Zeit am eskalieren, Jürgen. Oh, du mal! Dieser MKV hier ist so ein... Der kann gut spielen! Feistliche Aufklärungsmaschine in der Luft! Okay, so machen die die ganze Zeit hier. Das läuft grad voll geil. Kann ich aber auch. NEIN, läuft es nicht! Aber... Ist jetzt... Ich krieg nochmal auf, von mir wegzurennen. Oh, oh, man! Die Sniper ist zielig. Wow, jetzt wird er gekillt. Ich find' keine Gegner mehr! Wie bitte? Johan? Die Sniper? Leck mich. Jetzt hab' ich welche gefunden! Drei Stück aufgerufen! Oh, Mann, ey! Ich hab' 3,8, Alter! Ich mach' deine ab! Wegen anstößigen Namen. Ja, da werden die, glaub' ich, nix machen, weil das halt ein Steam-Name ist, wa? Du musst halt was sehen. Ja, das ist ein Steam-Name. Ja! Genau! Genau! Bam! Ich hab' 9,14. K, 98k, durchzusetzen! Oh, Mann! Oh, Mann! Keine Runde, wo ich mich... Alter, Jiggy, der kämmt in der Mitte und sitzt einfach auf dem Boden, aber macht nix. Das Reaction ist von so'n Toast-Road. Dummes Arschloch, Jonas, ey! Hä? Was hab' dir grad' die Kegel geklaut? Ja, den einen. Letzter hab' auch nicht tot gekriegt. Der Fekterschuss! Ich stand im Rücken zu mir! Er war' schon tot! NICHT! Ich schreibe! Ich bin dabei gestorben, weil das V so... Ich schreibe! Ja! Oh, NICHT! Oh, NICHT! Hier lappertiert sich! Sehr gut! Ich hab' 9,6 Runden extra, Spitz! Dies Flügel, bieser, where you are! Oh, Mann, zur Otten! Oh, du bist ein absoluter Vollidiot, ey! Meine Güte! Hör' dir letzte Raudi hier rum! Das ist ja auch nur 7.000, da braucht man kein Kit kaufen! Ja! Normalerweise haben wir ja auch jede Runde ohne gewonnen! Ein Kit kauft man, der Rüstungskit! Ja, da ist nachher... Das ist so schön ist das nicht! Ja, wir mussten doch nicht einmal defusen! Ich kaufe jetzt auch kein Kit mehr! Da haben wir schon mal defusen! Machst du Runde! Ja, aber die letzten Runden nicht! Natürlich kaufe ich den Kit! Ich hole mir das große Team, ja! Jetzt, Kit kaufen, umdrehen, ne! Und wir, Kit, beide Kit! Wenn du mich zubschließlich auch ab! Auf Ladies! Ja, wenn er halt eine Lupe ist und sich kein Kit kauft! Heul doch! 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 In der Grunde, dann hab ich's verlieren! Heul doch! Heul doch! Heul doch! Wenn man einfach Kits macht, dann braucht man auch einfach keinen Kit! Wenn man hier auch noch mit jedem Gegenwart, der sich stirbt! Brauch einfach ein verficktes Kit und sei kein Kleinkind wie jetzt! Heul doch! Heul doch! Heul doch! Heul doch! Hey, du musst ihn wie die Runde verlieren! Denn deshalb braucht man hier! Heul doch! Das war nur auf den... Und ich... Scheiß ich ja, oder Hammer, du! Dann brauchst du mich nicht beschweren! Ich glaub, ich geb persistence für windige Sachen aus, der Kelle! Hier! Du hast 10k drauf, geh einfach ein verpicktes Kett, Alter. Oh, kein Kett. Wow, defuse, wow, defuse Kett. Bisschen was größeres, oder? 9 Meter. 9 Meter, was? Ja, hä? Ja, oder? Geht das überhaupt? Ja. Da ist auch gleich dann so ein Wagen dabei. Ja, okay, auf deine Verantwortung. Ja, das geht. Das hab ich schon öfters gemacht. A few moments later. Der fährt irgendwie nicht. Na, geht doch nicht, ne? Wo kann man Stroh eigentlich auf der Web verkaufen? Jungs. Wie nirgends? Meinst du Ballen? Ja. Ja doch, hinten. Ah, hinten. Kelle musst du nach hinten bringen. Ja, danke. Ach so, hier, hier vor, rechts. Und dann links schräg hoch. Und dann kommt auf der rechten Seite. Das ist auch okay. Ja. Soll eigentlich überhaupt hochgehen. Oh Gott, ich hab' die Scheiße! Ach Gott. Blass, ey. Jungs, wie viele Leute habt ihr gekillt in dieser Runde? Ein. Sorry. Nee. Gar keiner zu gekillt. Der kann billiger gemacht. Ich spiel' ich so oft, Schottie. Ich spiel' ich auch nicht. Ey, aber das macht aber auch Sinn, ich der kann billiger zu machen. Ja. Die Spritze, die streift ab und zu mal am Boden unten, bin ich jetzt öfter schon ein bisschen hängen geblieben. Ja, dass du hängen geblieben bist, das wundert mich nicht. Ah, der war schlecht. Nee, der war gut. Nee. Muss ich mir direkt mal aufschreiben fürs Beste.